Der Renault, den wir hier sehen, bietet jede Menge Platz und praktische Möglichkeiten. In diesem Auto finden Sie einen Benzinmotor und ein manuelles Getriebe. Das geräumige Interieur bietet 5 Personen den Komfort von einem Bordcomputer, einer Klimaanlage, Servolenkung und Zentralverriegelung. Dieses Auto ist mit mehreren Sicherheitssystemen wie ABS und verschiedenen Airbag-Systemen ausgerüstet. Neugierig geworden? Kontaktieren Sie uns, um einen Termin zu vereinbaren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017